Ich hab den leider nicht gekriegt. So, jetzt, Kenny, komm, Kenny! Ich glaube nicht. Clem? Please, don't hurt him! Oh, leh. Wollt's von nem Weib darin niederhauen lassen, ne? Du bist nicht von Crawford. Nein. Wer ist das? Was ist denn jetzt? Äh, Kenny nicht? Ach, so ein... No, he's with us! ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 into the UK Okay und der Rest des Welt warst. Jesus Christ. Ich denke, das Gegenteil, wenn du denkst. Ja. Das ist nicht so, wie unsere Gruppe macht. Du sagst nicht, dass sie eigentlich... Ich meine, Kinder? Nein. Die Kinder, sie haben nur geholfen, mit ihren Eltern zu gehen. Sie lassen sie sich für sich hier in der Welt. Warum? Wie gesagt, Zero Toleranz. Crawford get rid of anyone that couldn't pitch in. Pulled their own weight. The way they looked at it, those people were just a lot of useless mouths to feed. A drain on their precious resources. Oh, Scheiße. Was für ein Hörner. Wie lange wollen die das überleben? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Okay. Ich mag die bis jetzt. Bis jetzt. Abwarten wir's noch. Ja. Nichts Effekt. Ist das richtig? Immer drauf. Ja. 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 Und der Sie.... Was für mich war. Da geht schon mal los. Ja. Wann! Ja. Ja. Das ist ziemlich smart, ich bete. Es lohnt sich viel zu ausmacht die dead. Buncha dummasses. Du musst einfach schnell gehen und gehen in und raus, bevor sie wieder wieder zurückkehren. Ich werde wieder fragen, dass du Menschen wiederholst. Du bist nicht von Crawford, also wer sind du? Was machst du hier? Ja, uh. Ich bin hier nach hier nachschauen und von hier zu holen. Ich bin hier zu holen. Ja, gut mit dem Glück. Ich bin hier von einer Strip-Daladise. Das ist ein Strip-Daladise. Schau, Mann! Du willst du deine Voren-Daladise? Ich bin hier über ein Stück. Ich bin hier über jeden Fall. Ich bin hier über einen Strip-Daladise. Das ganze Stadt ist hier. Ich bin hier über ein Stück. Das ist hier über eine Strip-Daladise. Das ist hier! Gott, Mann! Du willst du deine Voren-Dalad? Schuss. Ich sage dir nicht, ich sage dir, du gehst nach dem anderen Volk, Oh nein. Great. Just great. Isn't that the... The gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mark, is there a... Hey! You're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here! Please! Come on, make it fast! Fuck me! Come on, come on, hurry! Come on, hurry! Come on, hurry! Come on, hurry! One good jump! Oh, no! No, no! I'm gonna go on the water. I'm gonna go on the water. No, jump on it. Eh... Fuck. Come on, Lee! Get your ass out of there! Hut. Arak. E coupon. You got to go on, buddy. Usegot. No, no. Water! Oh, what the fuck?! Apa! Die Rungschaft reingeschaltet, unten am Fluss! Au. Ist tot. Gott sei Dank. Clementine, kann man mich hören? Wenn man mich hören kann, geht einfach zurück ins Haus, okay? Ich will dich dort treffen. Ja, hoffentlich! Ja, das kannst du laut sagen. Dammit. Wo muss man hin? Sau? Ja, ich weiß. Okay. Boah, da sind doch auch welche drin. Nein! Ich hab's geahnt. Warum geht das nicht am Rand lang? Der Knallfrosch. Wirklich. Warum kann ich die aufheben? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Das ist das, was ich brauchen, ist eine schweißelige Krankheit. Ja, deswegen sag ich ja. Warum soll ich die aufheben? Ah, okay. Noch mehr Totenballen? Was haben wir hier? Also, falls ich hier bis komisch klinge, ich hab ein übelst. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Komm, heiße. auch er hat auch hier war die andere Ach cool, gehts alles mit dem Wasser? Jetzt steht der Typ davor mit seinen Shorts Okay, warte Wer machts wieder dran? Drehts wieder andersrum? Jetzt laufen die wahrscheinlich zurück, oder? So wie ich das gehört habe So wie ich das denke Wo? Ist der jetzt auch weg? Böse Mein Arsch Ach, die Steuerung ist schon etwas kompliziert Die Frage ist, ob jetzt er Und wer uns da sieht Voll hilf Wohlgeberg So ist glaube ich bestimmt zu, oder? Ja Ja, 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 weiß ich doch Oh, bleib noch, okay Äh, weg Ja, weg! 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 Halt, können wir die noch mit, ne, ne Okay Schnell da unten rein Oh, ist das Aufregend Weitsch Jawohl, vermisst euch Jetzt kommt noch ein Nachzykler und der holt uns Oh, eine Pistole Oh, mein Gott Chuck 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 He must have tried to hide out down here Poor bastard No bullets He must have saved the last one for himself You deserve better, old man Oh, ja Nice Ich sei ein Arzt Ich sei ein Arzt Saugeil Und die checken löscht Hammer ab So muss das sein, Freunde Ohne Pistole und Co Oh 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 Das ist nur ein Sign Ja, 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 das stimmt, aber Können wir hochspringen, können wir vielleicht da oben uns festhaken 8 sie sind hier los Interessant. Schau dir das erst mal an. Schau dir das alles. Es ist genug, um Menschen für Monate zu bleiben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Das ist das Grund, dass du gut bist, um nachher zu gehen. Jetzt. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verletzen. Er ist von Crawford. Leid, bin ich leid. Schlimmer. Ich bin nicht von Crawford, was wir uns gezeigt haben. Ich glaube, Vernon. Was denken Sie, wenn sie sich hierher befinden, dass wir hier unten stehen? Dammit. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann mich nicht aus dem Risiko. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie gemacht haben. Das macht mich so schwer. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Ich bin ja nicht von Crawford. Entschuldigung, oder ich versuche, ich werde es verletzen. Es geht gut. Es geht gut. Es geht gut. Vernon, was du zu machen? Vernon! Entschuldigung. Ich bin nicht hier, um dich zu schützen. Du bist wirklich nicht von Crawford? Nein, ich bin wirklich nicht. Na, wir sind, oder waren. Wir sind weg, wenn sie den Ort begonnen haben. Wir begonnen, die sick und die alten, damit die perfekte Veränderung der Gesellschaft nicht beschädigt werden. Kein Raum für Schwierigkeiten oder Wunschuldigungen in der kleinen Mastur-Raisen. Du bist nicht so alt, also du bist? Wir sind, wir sind alle Mitglieder der Cancer Survivors Group, die hier in der Krankenhäuser befinden. Wir sind in Revision. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns geöffnet, bevor die resten uns zu holen und schütteln von ihnen hier. Das ganze Basement hat seit Jahren verabschiedet. Was ist das? Die Morgue? Ja, die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich für ein Ort zu überleben bin. Wie hast du dich hier gefunden? Ein paar von uns geöffnet wurden von Walkers auf der Straße. Wir kamen hier an, um zu wegzukommen. Jetzt, ich will einfach raus und zurückkommen mit meinen eigenen Menschen. Das System desäuern, die du durchführt hast, läuft all über die Stadt. Es wird dich an, wo du, wo du gehst. Ja, Mann. Was? No. If you lost her real parents, I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's alright, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Seht ihr Kinder, mit Wahrheit kommt man am weitesten. Immer schön die Wahrheit sagen. Vor allem wenn ihr Leuten vertraut. Wenn sie nett aussehen. Clementine! Clear? Molly? Oh, hey. You made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Yeah. Have you here? Lee, thank God you're back. Christa, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. Now see what I can do. Take me to him. Ah, I'd like to go to Hobbit. Omid, honey. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Clementine. Clementine! Clementine! Please. That's a mess! Stop it! Maybe two days later. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018